Man kann zwar nicht erkennen, ob die Zehen wirklich greifen, denn selbst wenn sie nach unten gebogen sind, ist das in einem Gipsabdruck kaum erkennbar. Aber die Breite ist wirklich imposant, denn Sasquatch-Abdrücke sind nicht einfach nur größere Menschenabdrücke. Sie sind proportional sehr viel breiter. Ihre Breite erreicht manchmal die Hälfte der Länge, was erheblich breiter ist als bei menschlichen Fußspuren. Als Wildtierbiologen sind wir bei der Beobachtung von Säugetieren häufig auf Fußspuren angewiesen. Sobald wir es mit Abdrücken zu tun haben, wissen wir, dass hier tatsächlich ein echtes Tier durch den Schlamm oder ähnliches gelaufen ist. Vermeintliche Sasquatch-Spuren haben, selbst tausende Kilometer voneinander entfernt, häufig dieselben Charakteristika. Oberflächlich betrachtet ähnelt ein Sasquatch-Fuß dem eines größeren Menschen, daher der Name Bigfoot. Doch bei näherer Betrachtung erkennt man deutliche anatomische Unterschiede. Was voraussetzen würde, dass Fälscher sich über die mutmaßliche Anatomie eines Sasquatch austauschen müssten? Mittlerweile haben wir eine ziemlich große Sammlung an Gipsabdrücken, die wir vergleichen können. Und man kann genau erkennen, welche echt sind und welche nicht. Nicht nur John Bindernagel möchte einen Beweis für die Existenz des Sasquatch in Whitehall liefern. Wir wollen seine Existenz mit einer Filmaufnahme beweisen. Christopher Barto ist eines der Gründungsmitglieder der NESRA, einer Vereinigung, die sich der Erforschung des Sasquatch verschrieben hat. Die Gegend rund um Whitehall kann auf eine besonders reiche Geschichte an Sichtungen zurückblicken, die viele Jahre zurückreicht. Im Oktober 2007 war Barto Teil eines Expeditionsteams, als er ein merkwürdiges Knurren hörte, das keinem ihm bekannten Tier glich. Es war ein sehr tiefes Knurren, mit einer niedrigen Frequenz und einer Art gurgelndem Unterton. Ein anderes NESRA-Mitglied berichtet von einer weiteren Sichtung in diesem Teil des Waldgebietes im Jahr 2005. Und genau hier hat auch Steve Kulls 2006 seinen über 35 Zentimeter großen Gipsabdruck gemacht. Die Vereinigung hat die Gegend in den letzten Monaten eingehend beobachtet, um die Expedition vorzubereiten. Sie haben MonsterQuest eingeladen, an der Expedition teilzunehmen, jedoch darum gebeten, den genauen Ort geheim zu halten. Im Laufe der Zeit wurden wir immer wieder mit falschen Pferden hereingelegt. Wenn wir uns also heute auf den Weg machen, dann unter dem Deckmantel der Geheimhaltung, über das Wo, Wann und Wie. Steve Kulls, ebenfalls Mitglied der NESRA, wird aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Feldforschung in dieser Gegend eines der Teams anführen. Das NESRA-Team macht sich für die Expedition bereit. Unser Lager ist etwa 50 Meter östlich von hier. Ein paar Teams werden in der Nacht patrouillieren. Wir richten uns für ein paar Tage ein und bekommen hoffentlich etwas zu sehen. Okay, leuchtet diesen Bereich hier aus. Um Whitehall gab es schon viele Begegnungen mit einem Wesen, das die Einheimischen den Sasquatch nennen. Ich kann es kaum glauben, aber ich habe es gesehen. Es gibt hier viele Berichte über solch ein zweibeiniges Wesen. Die Vorstellung einer solchen Kreatur im Staat New York ist für viele hingegen unglaublich. Das ist schon aus biologischen Gründen unmöglich. Die Meinungen sind gespalten. Dr. Bindernagel will das erste mutmaßliche Profil dieses geheimnisvollen Wesens erstellen. Und MonsterQuest begibt sich mit den Sasquatch-Forschern der NESRA auf eine Expedition. Während der Forscher Steve Kulls die Umgebung nach ungewöhnlichen Spuren absucht, installiert Christopher Bartow die Kameras mit Bewegungsmeldern. Von hier aus kann man die umliegenden Hügel über hunderte von Metern in alle Richtungen überblicken. Zum einen haben wir hier also eine gute Akustik und zusätzlich auch den perfekten Überblick auf alles, was sich hier entlang bewegt. Jetzt müssen wir aufbrechen. Denn wenn das Ding zu blinken aufhört, fängt es an aufzunehmen. Hier im Staat New York haben wir mit einer derart dicken Laubschicht zu kämpfen, dass man kaum Spuren erkennen kann. Wir konzentrieren uns daher eher auf frisch abgebrochene Äste. Nicht in dieser Höhe, denn da könnten sie auch von einem Bock oder einem Bären stammen. Wir konzentrieren uns auf Höhen, die belegen, dass hier etwas sehr Großes entlang gelaufen ist. Ich habe viel von Jägern, Fallenstellern und Spurensuchern gelernt. Zusammen mit der heutigen Technologie wie Nachtsichtgeräten, Wärmebild- und bewegungsgesteuerten Kameras, Infrarotsensoren und Computern bekommt man ein ziemlich genaues Bild von dem, was da draußen vor sich geht. In der Zwischenzeit legt Bill Brann die einzelnen Punkte fest, die er und Bindernägel überprüfen werden. Sommer, Spätsommer und Herbst. Zu diesen Zeiten werden die meisten Sichtungen gemeldet. Diese saisonal bedingten Aktivitäten sind auch typisch für andere Säugetiere dieser Gegend. Während man sie in den Sommermonaten eher in flachen Gebieten vorfindet, ziehen sie sich in den Wintermonaten zur Futtersuche weiter in die Wälder zurück. Laut Brann liegt Whitehall mitten auf einem Tierwanderweg. Dass es bestimmte Punkte öfter erwischt als andere, liegt entweder an angestammten Pfaden oder am Futterangebot. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass dieses Tier hier entlang zieht. Obwohl es noch keine offiziellen Studien zu den Wanderwegen des Sasquatch gibt, passt diese Theorie doch ausgezeichnet zum Verhalten anderer Säugetiere wie Waschbären, Bärenelche oder Koyoten, die alle einen bestimmten Lebensraum bevorzugen. Sie folgen speziellen Pfaden, die ihre besten Beutegründe, Wasserquellen und saisonalen Aufenthaltsgebiete miteinander verbinden. Doch warum gibt es bei so häufig auftretenden Aktivitäten nur so wenig greifbare Beweise für die Existenz dieses Wesens? Diese Art von Waldboden mit seiner dicken Schicht an Nadeln und Laubblättern ist ein gutes Beispiel dafür, warum in dieser Gegend nur selten Spuren zu finden sind. Wenn weiche Sohlen wie die eines Sasquatches hier drüber laufen, quillt das Laub einfach wieder auf und es gibt keinerlei Abdrücke. Bindernagel trifft sich mit Brann, um jene Gebiete zu untersuchen, in denen es die meisten Sichtungen gab. In diesem Gebiet um uns herum gab es schon sehr viele Begegnungen. Auch für mich persönlich hat alles 1976 genau hier angefangen. Hier begann meine Karriere als Ermittler in der Sasquatch-Forschung. Das Ereignis, auf das Brann sich bezieht, ist ein Meilenstein in der Sasquatch-Forschung und hat das kleine Örtchen Whitehall berühmt gemacht. Ich glaube fest daran. Ich war da, ich habe es gesehen. Auch Brian Goslin ist ehemaliger Polizeibeamter. 1976 sah er eine Kreatur, für die er keine Erklärung hatte. Es war eine Nacht im August 1976. Damals war ich noch aktiv im Polizeidienst von Whitehall. Zwei Männer hielten neben meinem Dienstwagen an und erzählten mir, dass sie eine Art Monster auf einem der Bärenpfade gesehen hätten. Die beiden meinten das todernst, sie sahen wirklich mitgenommen aus. Ich bin dann mit dem Wagen in Richtung Feld gefahren. Für August war es ziemlich kalt. Der Himmel war sternenklar und es herrschte Totenstille. Ich habe mich eine Zeit lang mit einem Kollegen über Funk unterhalten, als Jim plötzlich schrie, Was zum Teufel ist das, Bill? Da kommt was auf mich zu, was ist das? Dann sah ich Jim mit seinem Streifenwagen aus dem Feld jagen, direkt in Richtung Whitehall. Ich habe mich weiter auf die Geräusche konzentriert, die über die Wiese auf mich zukamen. Ich bin wirklich kein kleines ängstliches Kind, aber mir standen die Haare zu Berge. Es kam auf mich zu und machte keine Anstalten, mir auszuweichen. Ich öffnete die Tür, stieg aus dem Wagen meine 357er in der Hand und spannte den Abzug. Dann machte ich die Taschenlampe an und blickte auf eine über zwei Meter große Kreatur, mehr als 200 Kilo schwer und komplett behaart. Als der Lichtschein sie traf, hob sie ihre Hände, keine Klauen, sondern Hände, um ihr Gesicht zu schützen. Und was sich dann für immer in mein Gedächtnis eingebrannt hat, ist dieser dunkle Schrei, den sie ausschließ, der einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Bis ins 19. Jahrhundert konnten diese Laute und Sichtungen keinem bekannten Wesen zugeordnet werden. Die Menschen beschrieben es als Monster, weil sie es nicht besser wussten. Primatenforschung gab es damals noch nicht. Der Gorilla wurde auch erst 1847 entdeckt. Als sich jedoch die Nachricht seiner Entdeckung verbreitete, diente er als Vorlage, auf die sich die Menschen beziehen konnten. Er sieht aus wie ein Gorilla. Daher stammen auch Bezeichnungen wie Affen ähnlich. Mittlerweile sind wir, zumindest einige von uns, überzeugt, dass man ihn zur Gruppe der großen Affen zählen kann und er einem aufrecht laufenden Gorilla ähnelt. Wird es gelingen, den letztendlichen Beweis für seine Existenz zu erbringen? Die Nacht ist über Whitehall hereingebrochen und die Teams sind bereit.